Auf der www.erfolgsonline.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie entspannt. Mach Pleite und starte durch. Pleite? Na und? Mit diesem Wissen steigen Sie wie Phönix aus der Asche. Wie Sie die schlimmsten Folgen einer wirtschaftlichen Pleite mildern oder sogar ganz vermeiden und auf jeden Fall Ihre wirtschaftliche Wiederauferstehung feiern? Ja, es gibt ein Leben nach dem wirtschaftlichen Tod. Der Pleite. Tod sicher. Vorausgesetzt, Sie treffen rechtzeitig die richtigen Vorkehrungen, um Ihren finanziellen und wirtschaftlichen Crash unbeschadet zu überstehen. Und genau dabei hilft Ihnen dieser Ratgeber. Eine Pleite ist wie ein Autounfall. Vor beidem können Sie sich niemals ganz sicher sein. Und Sie sollten sich daher rechtzeitig schützen. Dieser Ratgeber ist Ihr Sicherheitsgurt für den Fall einer Pleite. Und so, wie Sie Ihren PKW-Gurt ganz selbstverständlich umlegen, sobald Sie Ihre Fahrt antreten, so sollten Sie diese Maßnahmen in die Wege leiten. Sprich, setzen Sie dieses Wissen um, auch wenn Sie der wirtschaftliche Himmel noch strahlend blau anlachen. Man kann ja nie wissen. Andererseits hilft Ihnen dieses Know-how auch dabei, die eine oder andere wirtschaftliche Schlechtwetterfront richtig einzuschätzen. Ist diese momentane Krise ein heftiges Unwetter, das aber wieder vergehen wird? Oder braust da gar ein Tornado ran, der alles in Fetzen legen wird, was Sie sich in Ihrem Leben aufgebaut haben? Dieses Buch gibt Ihnen Gewissheit. Danach wissen Sie, was Sie wirklich zu tun haben, damit Sie beim Pleite machen keine Pleite erleben. Bleiben wir beim schlimmsten Fall der Fälle. Sie müssen den Laden wirklich dicht machen? Dann machen Sie ihn wenigstens richtig dicht, also gegenüber Geldforderungen. Denn nur dann können Sie anschließend ohne lange Verzögerung wieder geschäftlich weitermachen. Dazu wird Ihnen dieses Buch lebensrettende Ratschläge, Tipps und Kniffe mitgeben. Allesamt legal. Allesamt mit dem Ziel, Ihr aktuelles Hab- und Gutbomben sicher vor Zugriff Ihrer Gläubiger zu schützen. Denn das ist das Allerwichtigste. Schließlich müssen Sie anschließend jede verbliebenen Cent in Ihren wirtschaftlichen Neuanfang stecken können. Holen Sie sich, mach Pleite und starte durch. Und schon verschaffen Sie sich sofortige Klarheit, ob Sie tatsächlich von einer Pleite bedroht sind oder ob es sich lohnt, bei akuten wirtschaftlichen Problemen tapfer Ihren Posten zu halten. Erkennen Sie, dass ein Ende mit Schrecken dem wirtschaftlichen Schrecken ohne Ende in vielen Fällen vorzuziehen ist. Verschaffen Sie sich eine Aussage gegen kräftigen Überblick über Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage. Richten Sie sich rechtlich so unangreifbar ein, dass Sie sogar im schlimmsten Fall Ihr Hab und Gut im vollen Umfang behalten dürfen. Wählen Sie aus zahlreichen rechtlichen Alternativen, die Ihre anschließend wirtschaftlichen Neuanfang messbar beschleunigen und vieles mehr. Niemand macht gern Pleite, aber niemand geht auch gern zum Zahnarzt, obwohl der schmerzhafte Bohrer der monatelang vorherigen Qual endlich ein Ende machen würde. Also, überwinden Sie Ihren Charme und setzen Sie sich ernsthaft mit dem Thema Pleite machen auseinander. Viele Unternehmer, die heute auf ihrem Rang und ihrem Namen stolz sein können, haben zuvor mindestens eine Pleite er und überlebt. Sie sind der Beweis dafür, dass es anschließend erfolgreich weitergehen kann. Dieser Ratgeber vermittelt Ihnen alle Strategien, mit denen Sie diesen wirtschaftlichen Crash ohne Blessuren überleben. Und danach fangen Sie eben wieder von vorne an. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher